Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Tutorial, wie man die Baureihe 403 aufrüstet, während rechts der Kollege im ICE schon mit uns vorbeifährt. Das sind wir. Wir steigen ein und schauen, dass wir diesen Zug aufgerüstet bekommen. Dazu der Hauptschalter ist aus, der Stromabnehmer ist unten. Wir heben den Stromabnehmer, das haben wir gemacht, indem wir diesen Kippschalter nach vorne gedreht haben. Dann folgt als nächstes der Hauptschalter. Einmal den nach vorne. Wir sehen, Hauptschalter ist ein. Wir hören, dass der Zug langsam zum Leben erweckt wird. Wir stehen aber ganz kurz auf und drehen uns mal hier unten zu diesem Schaltschrank, zu dieser Schalttafeltür. Wir können dann hier die Sifa einschalten, die PZB und die LZB, wobei ich die Sifa jetzt erstmal auslasse. Ansonsten ist hier nichts Interessantes für uns. Der Rest ist nicht bedienbar, mit Ausnahme von dem Batteriesteuerschalter, aber die Batterie ist schon an. Dementsprechend brauchen wir den nicht. So, wir sehen hier hinter uns, da können die Fahrgäste uns hier beobachten. Das machen noch die beiden hier, aber das wollen wir nicht. Daher drücken wir immer noch hier drauf. Scheibenlaunch. So, und weg sind sie. Wir können uns hier den Lüfter noch ein bisschen hochstellen, wenn wir wollen. Die Bugklappe können wir hier hinten öffnen und schließen. Das brauchen wir jetzt aber alles erstmal nicht, sondern wir setzen uns hin. Wir sehen die PZBs an. Die LZBs ebenfalls an. Das B leuchtet nämlich, das bedeutet, dass die LZB an ist. Dann können wir die Beleuchtung im Zug einmal einschalten, indem wir zweimal hier auf die Taste 5 drücken. Zack, und die Beleuchtung im Zug ist an. Wir können nebenbei schon mal die Türen freigeben. Dazu einmal die Taste U gedrückt, damit wir die auf der rechten Seite öffnen. Türen sind geöffnet. Wir können dann in der Zeit schon mal die AFB einschalten, also unsere automatische Fahr- und Bremssteuerung. Dazu dann hier einmal auf V-Soll-Freigabe gedrückt. Und dann dürfen wir theoretisch, weiß ich nicht, 100 glaube ich fahren. Wir dürfen, glaube ich, mit 100 ausfahren. Bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. So, die Türen sind weiterhin offen. Was wir jetzt noch machen können, wir können unser Zugziel einschalten. Wir fahren nämlich nach Frankfurt am Main-Hauptbahnhof. Dazu dann zweimal hier ins UD gedrückt. Zugeinstellung. Leider ist momentan die Version, bei der ich das Ganze hier aufnehme, ist die Funktion dann nicht zu 100% implementiert, weil das hier noch eine Vorab-Version ist, auf der ich die hier aufgenommen habe. Ich hoffe aber, dass es zum Release möglich ist. Und wenn, dann ist es halt, indem man zweimal hier auf UD drauf drückt. Und dann kommt man auf diesem Display und dann kann man die Zugzähne einstellen. So, wir drücken... Wir gucken uns mal die Abfertigung an. Wir sehen, unsere ganzen Türen sind auch offen. Dann können wir wieder auf die Taste U drücken und die Türen schließen. So, wir sehen, die Türen sind zu, mit Ausnahme für diese einen. Das ist noch unser Schaffner oder unser Zugchef oder die Zugchefin. Und da wird dann die Tür auch gleich geschlossen. Gehen wir dann ins Grundbild zurück. Haben schon im Grunde genommen alles Wichtige gemacht. Hier können wir uns noch die Zugkräfte einschalten. Beziehungsweise eben das Display dafür. Dann können wir die Bremsen lösen. Das Signallicht nach vorne einstellen. Das machen wir nämlich hier. Nämlich Spitzensignale. Normal. Haben dann vorne dreimal weiß. Genau. Huch. Kollege, das ist nicht so gesund. So, und... Können dann... Leistung aufschalten. Ja. Lösen. Bremse löst sich. Und jetzt müsste er eigentlich kommen. Ne? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Lassen wir... Machen wir einmal ganz kurz die AFP aus. Weiß nicht, ob es jetzt vielleicht daran lag. AFP. 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 Jetzt geht's. Gut, ich habe, glaube ich, irgendwas bei der AFP gerade nicht ganz richtig gemacht. Huch. Und so können wir dann ausfahren. In den Sonnenuntergang hinein. Und dürfen, wie gesagt, hier mit 100 ausfahren. Wir freuen uns von der PZB. Und fahren dann in Richtung Sonnenuntergang. Ach, ist das nicht schön, oder? Ist das nicht schön. Der TSW 3. Herrlich. Absolut herrlich. Gut, das war nur ein Tutorial. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Es war lehrreich. Und ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe.